Ja, und ein schönes Hallo an diesem wunderschönen Sommertag. Ich wünsche euch einen schönen Freitag und Start ins Wochenende. Ja, klar, er knallt und der Planet ist teils. Zumindest jetzt gerade hier vor Ort und Stelle. Ihr seid bei ABG Info on Air, der Podcast-Sendung für Altenburg und dem Altenburger Land. Und heute haben wir die magische Zahl 13 erreicht. Ja, ich freue mich und hoffe, ihr hört weiter fleißig zu. Ja, und was haben wir heute wieder für euch? Ja, wir haben die eine oder andere interessante Neuigkeit und Pressemeldung der vergangenen Woche für euch zusammengetragen. Ja, und ohne große Worte legen wir jetzt gleich mal los. Die Stimme ist geölt. Ja, na gut, halbwegs so. Wasser steht auch bereit und ich wünsche euch eine gute Unterhaltung bei der 13. Sendung von ABG Info on Air für die Woche vom 18. bis 24.07.2016. So, ja, da sind wir jetzt bei den aktuellen Informationen der vergangenen Woche oder dieser Woche besser gesagt aus Altenburg. Ja, und der Kultusminister besuchte Altenburg und sagte, diese Stadt und der Landkreis haben ein unglaubliches Potenzial. Eigentlich ist das Schlossmuseum montags geschlossen. Doch wenn, wie Anfang voriger Woche, Thürings Kulturminister Benjamin Immanuel Hoff nach Altenburg kommt, öffnen sich auch an einem Montag die Türen zu den Ausstellungen. In Begleitung von Museumsleiterin Uta Künzel, Landrätin Michaele Sojka, Schloss- und Kulturdirektor Dr. Christian Horn und Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf erhielt der Minister nicht nur eine exklusive Führung durch das renommierte Haus. Der hochrangige Besucher kam überdies in den Genuss eines kleinen Orgelkonzerts. Vom meisterhaften Spiel des Schlossorganisten Felix Friedrich zeigte sich der Minister beeindruckt. Normalerweise gestattet der eng gestrickte Zeitplan bei Ministern lediglich Kurzbesuche. Doch Professor Hoff nahm sich für seine Altenburg-Stippvisite, die ihn auch noch in die Roten Spitzen und das Paul-Gustavus-Haus führte, vier Stunden Zeit. Der Politiker zeigte sich beeindruckt von dem kulturellen Reichtum der Stadt und bescheinigte Altenburg ein unglaubliches Potenzial. Die Nähe zu Leipzig sei dabei ein bedeutender Vorteil, dem es zu nutzen gelte. Eine Einschätzung, die ganz im Sinne von Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf ist, der sich über den Verlauf des ungewöhnlich langen Ministerbesuchs sehr zufrieden äußerte. Ja, und da können wir nur sagen, Altenburg hat wirklich viel zu bieten. Nicht zu vergessen auch das Altenburger Land. Und wenn man es jetzt die ganzen Jahre ordentlich angestellt hätte, ja gut, man kann jetzt klugscheißen, könnte man monatlich eigentlich zwischen 10.000 und 30.000 Besucher erwarten. Ja, also das hier, was vor uns liegt, ist eine Schatzkiste. Man muss es nur wollen, aber wie gesagt, im Moment ist Geld halt für andere, unwichtigere Dinge da oder wird für andere ganz einfach aus dem Fenster geschmissen. Eine Neuigkeit, die vor allen Dingen Jugendliche erfreuen wird, der Skateplatz am Großen Teich hat ein neues Gerät bekommen. Im Sommer herrscht auf der Skateanlage am Großen Teich naturgemäß Hochbetrieb. Da trifft es sich gut, dass vor wenigen Tagen ein neues Sportgerät aufgebaut wurde. Zum Ensemble des Platzes, das für die überwiegend jugendischen Sportfreunde schon zuvor abwechslungsreiche Herausforderungen bot, gehört nun noch eine sogenannte Mini-Ramp. Bei der Montage des 10 Meter langen und knapp 4 Meter breiten und anderthalb Meter hohen Sportgerätes halfen die Jugendlichen mit tatkräftiger Unterstützung mit. Zu den Nutzern gehören neben den Skatern auch Fahrer von BMX-Rädern. In Vorbereitung der Maßnahme hatten bereits Mitarbeiter des städtischen Referats Jugend und Sport Arbeiten durchgeführt. Finanziert wurde dieses Sportgerät von der Sparkasse Altenburger Land, die dafür insgesamt 10.000 Euro zur Verfügung stellte. Das ist ein ganz schöner Batzen Geld, ne? Ja, man hofft, dass die Geräte lange Zeit in ordnungsgemäßen Zustand verbleiben. Und seit gestern sind die Kartenspieler wieder aus ganz Deutschland in Altenburg. Es findet der Internationale Skat Cup im Goldenen Flug statt. In der Zeit vom 21. bis 23. Juli wird Altenburg wieder einmal zum Mekka für Kartenspieler aus ganz Deutschland. Der DSKV, Deutscher Skatverband e.V., richtet an dem Wochenende den dritten internationalen Skat und Rommel Cup aus. Früher war es übrigens mal die Skat-Olympiade, ja, bevor sich dann irgendwelche Herrschaften wahrscheinlich aufregten. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon hier bei ABG Info. Ne, man kann heutzutage halt alles, was man will, schützen lassen. Ob Sinn hat oder nicht. In der Stadthalle Goldner Flug, die sich in der Vergangenheit schon mehrfach als Austragungsort für derartige Großereignisse bewährt hat, werden rund 270 Teilnehmer erwartet. Sie reisen übrigens aus allen Ecken des Landes an. Bei der Veranstaltung handelt es sich um einen sogenannten offenen Wettbewerb. Das heißt, dass jeder daran teilnehmen kann. Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist keine Voraussetzung. Ja, und gestern waren wir auch live vor Ort, ähm, für die touristische Service- und Marketingleistung gab es einen Zuschlag für eine Arbeitsgemeinschaft. Der Tourismusverband Altenburger Land e.V. hat die touristischen Service- und Marketingleistung für die Region Altenburger Land bis ins Jahr 2019 neu ausgeschrieben. Die Arbeitsgemeinschaft Leipziger Verlags- und Druckgesellschaft MBH & Co. KG und MagCity Deutschland GmbH erhielten in einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag. Der Verbandsvorsitzende Michael Wolf erklärt, die Arbeitsgemeinschaft hat ein überzeugendes Konzept präsentiert, welches die touristische Branchenerfahrung und das starke Know-how im Tourismusmarketing deutlich erkennen ließ. Die Leipziger Verlags- und Druckgesellschaft MBH & Co. KG ist ein umfassender Mediendienstleister unter anderem für Magazine, Broschüren, Bücher, Imagefilme und Publikationen. In der Baderei 1 unterhält die LVDG bereits ein Ladengeschäft in der Altenburger Innenstadt, welches in den kommenden Wochen umgebaut wird. Um am 1. September 2016 Gäste der Region willkommen zu heißen. Björn Steigert, Geschäftsführer der LVDG sagt, wir möchten ein Wohlfühlambiente bieten. Treffpunkt für Touristen, Einheimische und touristische Anbieter sein und Gästen zeigen, wie vielfältig die gesamte Region ist und somit Impulse geben, den Aufenthalt zu verlängern oder wiederzukommen. Die MagCity Deutschland GmbH ist in der Tourismusbranche zu Hause. Die Geschäftsbereiche umfassen neben Beratung, Konzeption und Betriebsführung auch den Betrieb von Buchungs- und Ticketsystemen. Die Gesellschaft ist gemeinsam mit der DTV Mediengruppe der Vertragspartner der Landeshauptstadt Dresden für die touristischen Serviceleistungen, die den Betrieb der Tourismusinformation, des Servicecenters sowie die Konzeption und den Vertrieb von touristischen Leistungen in Dresden beinhalten. Der Tourismusbranche in Altenburg wird zukünftig ein touristischer Marktplatz zur Verfügung gestellt werden. Eine Plattform, auf der alle relevanten Dienstleistungen und Produkte aus der Region zentral präsentiert werden. Der touristische Marktplatz ist offen für alle Leistungsträger, ob Hotelreiseführer oder Agentur, so Lars Knüpfer, Geschäftsführer der MagCity Deutschland GmbH. Zu den ersten Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft zählt die Entwicklung eines Marketingkonzepts einschließlich einer Marke für die Tourismusregion. Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Altenburger Land e.V. einheimischen und weiteren touristischen Akteuren aus der Region eine gemeinsame Basis für die erfolgreiche Vermarktung zu finden. Der Tourismusverband Altenburger Land e.V. ist ein Zusammenschluss von derzeit 85 Mitgliedern. Zweck des Vereins ist die Förderung des Tourismus in der Region Altenburger Land. Ja, also ich hätte noch im Gedächtnis, dass wir mal schon eine Marke versucht haben zu machen bzw. ein Marketingkonzept. Ja, da gab es doch schon mal irgendwo was. Ja, wir von ABG Info werden auch als Plattform dienen. Also ihr werdet dann bei uns irgendwann auch mal Dienstleistungen, Produkte aus der Region finden. Ja, und nun zur letzten Nachricht von Altenburg. Ja, und da geht es um den Blick über die Dächer der Stadt. Das mächtige Baugruss steht, die aufwändige Instanzsetzung der Hauptfassade des Altenburger Schlosses läuft. Ja, und das Millionenprojekt kann durchaus als historisches Ereignis bezeichnet werden, denn soweit bekannt ist die Fassade zuletzt um 17.30 Uhr saniert worden. Viele Altenburger freuen sich über diese Maßnahme, sodass es sich als gute Idee erwies, den offiziellen Baubeginn am Freitag, dem 15. mit einem kleinen Fest zu würdigen. Oberbürgermeister Michael Wolf begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste und zeigte sich erfreut darüber, dass die triste Fassade nunmehr bald im historischen Weiß erstrahlen werde. Nach der Begrüßung wurde das Bauschuld enthüllt und die Mannen des Schützenvereins Barbarossa sorgten für einen Startschuss, der nicht zu überhören war. Der Clou war für viele allerdings, die Offerte in Begleitung von Experten auf das Baugruss zu klettern. Ja, ich habe es leider nicht geschafft. Ich war anderweitig unterwegs. Die kostenlosen Karten für die insgesamt sieben Führungen waren jedenfalls rasch vergriffen. In Gruppen mit jeweils zehn Erwachsenen ging es dann im Halbstundentakt hoch hinaus. Wer die 200 Stufen erklommen hatte, wurde mit einem eindrucksvollen Blick über die Däscher der Stadt belohnt. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es beeindruckend war, weil das Wetter war ja eigentlich ganz okay. Wie gesagt, das soll es jetzt erstmal aus Altenburg gewesen sein. Ja, weiter geht es mit aktuellen Verkehrsmeldungen für dieses Wochenende und nächste Woche. Am morgigen Samstag, den 23. Juli, findet in der Zeit vom 14 Uhr bis voraussichtlich 0 Uhr das traditionelle Straßenfesten der Thomas-Münzer-Siedlung Ortsteil Ermberg statt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Ja, und am Montag gibt es Sperrungen in Cosma und Körbitz. Im Zeitraum vom 25. Juli bis voraussichtlich zum 22. August kommt es wegen der Neuverlegung von Stromkabeln in den Ortsteilen Cosma und Körbitz zu Verkehrsbehinderungen. In Cosma müssen die Hauptstraße 23a bis 26, Fahring 6 und Schengenberg 1 bis 2 voll gesperrt werden. Die Arbeiten erfolgen in drei Bauabschnitten. Im selben Zeitraum kommt es wegen der Stromkabelverlegung auch in einigen Bereichen in Körbitz zu Vollsperrungen. Betroffen ist dort Körbitz 6 und 7 bis Körbitz 20, sowie Körbitz 20 bis zum Ortseingang von Cosma, Hauptstraße 20. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Abschnitten. Es wird um Verständnis und Beachtung bei allen Verkehrsteilnehmern gebeten. Auch Mockzick ist an der Hohle gesperrt. Wegen Freischnittarbeiten an einer Mittelspannungsleitung kommt es am nächsten Mittwoch, den 27. Juli, zur Vollsperrung der Straße an der Hohle im Ortsteil Mockzick. Und ebenfalls ist gesperrt die Pauritzer Straße. Aufgrund einer Kranstellung kommt es am nächsten Mittwoch, dem 27. Juli, zur Vollsperrung der Pauritzer Straße in Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 43. Ja, und das soll es erstmal gewesen sein, auch von den Verkehrsmeldungen. Alle Links zu den Informationen findet ihr wie gehabt in den Show-Notizen unter www.abg-info.de So, und jetzt kommen wir doch mal zu den Nachrichten aus dem Altenburger Land. Und da erreichte uns eine Mitteilung aus dem Klinikum. Jahresabschluss 2015 des Klinikums Altenburger Land und seiner Tochtergesellschaften Noch muss der Jahresabschluss 2015 des Klinikums Altenburger Land den Kreistagsmitgliedern zum Beschluss vorgelegt werden. Doch bereits jetzt steht fest, dass es sich um ein erfolgreiches Geschäftsjahr gehandelt hat. Erstmalig konnten sowohl bei der Konzernmutter, dem Klinikum Altenburger Land, als auch bei allen Tochtergesellschaften positive Ergebnisse erzielt werden. Beim Klinikum selbst blieb das Ergebnis ein Überschuss von knapp 500.000 Euro, trotz einer Umsatzsteigerung um 4,8% gegenüber dem Jahr 2014 nahezu umverändert. Die Medizinischen Versorgungszentren Altenburger Land GmbH, umgangssprachlich kurz MVZ genannt, konnten einen Überschuss von ca. 280.000 Euro erwirtschaften. Nach Jahren ständiger Strukturänderungen kommen wir nun in einer Phase der Konsolidierung, erläutert Dr. Blase, das um 800.000 Euro zum Vorjahr verbesserte Ergebnis. Ebenfalls um 800.000 Euro gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich das Ergebnis der Gesellschaft für Rehabilitation, Therapie und Prävention, deren Hauptgeschäftsfeld die Klinik für ambulante Rehabilitation im Medikum darstellt. Auch die Schmöllner Heimgesellschaft konnte nach einem geringen Fehlbetrag 2014 wieder einen positiven Jahresabschluss verbuchen. Mit 1.252 Mitarbeitern im Jahr 2015, also 36 mehr als im Vorjahr, war der Klinikkonzern sicher mit Abstand der größte Arbeitgeber im Landkreis Altenburger Land. Im Klinikum werden jährlich je etwa 20.000 stationäre und ambulante Patienten behandelt. Im MVZ fanden 2015 85.000 Behandlungen statt, 10.000 mehr als im Vorjahr. Ja, ist kein Wunder bei diesem Druck heutzutage, bei dieser Wirtschafts- und Arbeitsgesellschaft, aber okay, weiter geht's. In der Klinik für ambulante Rehabilitation im Medikum waren die je 30 Therapieplätze in der neurologischen und orthopädischen Reha immer ausgebucht. Seit Mitte dieses Jahres können nun noch 10 Plätze mehr in der orthopädischen Reha vergeben werden. Am Klinikum wurde auch 2015 kräftig investiert, insgesamt 2.361.000 Euro. Allein die Hälfte der Summe floss in Baumaßnahmen, hier insbesondere in die Einrichtung der Palliativstationen im Klinikbereich in Schmölln, sowie in den Umbau der alten Laborräume im Klinikum. Nach und nach werden dann auch jetzt sämtliche Stationen in Altenburg, die bereits seit 1997 im Betrieb sind, modernisiert. Investiert wird auch in Medizintechnik und Ausstattung, hier insbesondere in die Umstellung der OP-Leuchten auf LED-Technik, die Anschaffung eines OP-Mikroskops und ein Teilaustausch der inzwischen auch fast 20 Jahre alten Klinikbetten. Ja, und allein in die IT-Hardware und Software wurden 230.000 Euro investiert. Für das laufende bzw. kommende Jahr stehen als besondere Investitionsmaßnahmen der Bau eines neuen Regenrückhaltbeckens, die Neugestaltung der Cafeteria im Klinikum, der Umzug der Krankenpflegeschule in die ehemaligen Laborräume und die Neubeschaffung des inzwischen über 10 Jahre alten Magnetresonanz-Tomografen im Vordergrund. Allein bei dem letztgenannten Vorhaben wird mit einem Investitionsvolumen von über 2 Millionen Euro gerechnet, zählen die beiden Geschäftsführerprojekte auf, die schon begonnen sind. Inzwischen übrigens werden fast 8% aller stationären Behandlungen der Einwohner des Landkreises am Klinikum durchgeführt und dies, obwohl hier für Bereiche wie zum Beispiel die Psychiatrie und die Urologie keine Leistungen angeboten werden können. Ja, und weitere Informationen und Zahlen sowie Fakten könnt ihr in der Pressemitteilung erfahren. Der Link ist in unseren Shownotizen hinterlegt unter www.abg-info.de slash show13. Und was gibt es denn noch? Ja, leitige Thema sogenannte Flüchtlinge. Der Landkreis Altenburger Land nahm im Jahr 2015 5,2% aller Thüringer Flüchtlinge auf. Ähm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, also, ja, wer weiß. Äh, Hintergrundinformationen zum Integrationsschlüssel und der Verteilungsquote laut Flüchtlingsverteilungsverordnung kommen jetzt. Die Verteilung von Flüchtlingen via Quote auf die Landkreise und kreisfreien Städte ist in § 2 Absatz 1 der Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung geregelt. Tja, Deutschland und seine Verordnung, ne, für alle gibt's halt was. Diese Quote legt die jährlich aufzunehmenden Flüchtlinge fest. Hm, leider sind's keine Flüchtlinge, sondern alles illegale Einwanderer, aber egal. Im Jahr 2015 hat der Landkreis nach Informationen aus dem Thüringer Landesverwaltungsamt insgesamt 1.018 Flüchtlinge zugewiesen bekommen. Das sind 5,2% der Gesamtzahl von 19.657 und damit leicht mehr als 4,3%. Zum 13. Juli haben wir im Jahr 2016 im Altenburger Land nach Informationen des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz 569 Flüchtlinge aufgenommen. Darunter waren viele Familien auch unbegleitete minderjährige Ausländer. Das bedeutet Familiennachzug und aus 569 können wir schnell 2000 werden. Das hält unsere Stadt, unser Landkreis nie aus. Aber die Vermischung ist halt gewollt, ne. Aber, Leute, es gibt das Bürgerforum Altenburger Land. Macht euch schlau. Die Jungs sind top. Ja, und die Frau Seuga geht bei unveränderter Situation nunmehr davon aus, dass der Landkreis damit seine Flücht für 2016 erfüllt hat. Ja, und ich frage mich dann gerade, warum die Woche wieder zwei Busse in der Eschenstraße ankommen sollten. Jetzt weiß ich nicht, ob die angekommen sind. Vielleicht kann da ja jemand mal einen Kommentar hinterlassen. Also lasst euch keine Märchen erzählen. Ja, die Wahrheit kommt früher oder später eh raus. Auch das Bürgerforum Altenburger Land wird demnächst seinen eigenen Faktencheck präsentieren. Lasst euch überraschen. Ja, ja, so, dann wollen wir mal das Thema abhaken, ja. Denn das nervt langsam. Kommen wir nochmal zum Tourismus. Die Altenburger Tourismus GmbH hat eine Neuausrichtung vor. Ein Kapitel Tourismusgeschichte geht zu Ende. Die Altenburger Tourismus GmbH ist seit ihrer Gründung als Altenburger Skatschule GmbH durch den Unternehmer Stefan Lovic 1992 ein wichtiger Partner bei der Vermarktung der Region. Seit 1994 führt Christiane Bühring die Geschicke der Firma. Ab 1. September 2016 wird die Altenburger Tourismus GmbH nun nicht mehr für die touristischen Service- und Marketingleistungen im Altenburger Land verantwortlich sein. Ja, und dazu haben wir ja vorhin schon berichtet im Altenburger Teil, dass es nun eine neue Arge gibt. So, damit verschwindet das Unternehmen aber nicht vom Markt, sondern will sich neu positionieren, denn die ausgeschriebenen Leistungen betreffen ausschließlich Leistungen, die im Rahmen eines Image-Marketings und einer Informationsinfrastruktur eine Grundversorgung für alle Mitglieder des Tourismusverbands Altenburger Land e.V. gleichermaßen darstellen. Die Gründungsidee der Altenburger Tourismus GmbH Dienstleistung für Touristen und Touristiker soll vom Altenburger Land auf die Region im Dreiländereck ausgeweitet werden und in drei Unternehmensbereichen angeboten werden. Denn Altenburg ist und bleibt der ideale Ausgangspunkt für Entdeckungstouren in Mitteldeutschland. Die Altenburger Tourismusagentur verfügt über einen breiten Fächer an fast 100 Reiseprogrammen und Bausteinen für Gruppen, Vereine, Firmen und Individualkäste. Besondere Angebote, die liebevoll mit Ortskenntnis und ganz individuell zusammengestellt wurden, können aus einer Hand gebucht werden. Die Tourismusinformation im Laden am Markt mit Spielkarten und Spezialitäten wird weiterhin ein Muss für Altenburger und ihre Gäste sein, wenn es darum geht, die Region umfassend und liebenswert vorzustellen. Partner werden sich in Zukunft mit ihren Prospekten oder Produktpräsentationen einmieten können. Der Vorverkauf von Veranstaltungskarten geht um neue Produkte bereichert in gewohnter Weise weiter. Gutscheine behalten natürlich ihre Gültigkeit. Ab September starten dann am Marktmontag bis Samstag jeweils 14 Uhr Stadtführungen, die im Anschluss mit einer Verkostung von Niqueur und Ziegenkäse kombiniert werden. Ja, soweit nun die Nachrichten aus dem Altenburger Land. Nach dem Intro geht es dann weiter mit dem Sport- und den Polizeinachrichten. Bis gleich. Ja, und da bin ich wieder und zwar mit den aktuellen Infos aus dem Bereich Sport. Da kam doch mal wieder was an von den Sportschützen. Medaillenregen für Schmöllner Schützen. Thielicke und Freitag sind in Hochform. Thüringens Ordnanzgewehrschützen traten in Weimar in der Disziplin 20 plus 20 gegeneinander an, um die Besten des Freistaates zu ermitteln und sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Der Wettkampf wurde in zwei Kategorien unterteilt, in geschlossene und offene Visierung. In beiden Teildisziplinen wurden die ersten 20 Schuss im Liegen und die zweiten 20 in stehend absolviert. In der Herrenklasse überzeugte Thomas Bayer. Der Titelverteidiger holte mit 357 und 350 Ringen auch in diesem Jahr Gold und verwies Rico Stephan auf den Rang 2. Bronze gewann Thomas Wagner mit 307 und 306 Ringen. Jan Freitag stellte mit 362 und 350 Ringen in der Herrenaltersklasse zwei neue Landesrekorde auf und verwies den Vorjahressieger Rüdiger Geier auf Rang 2 und Andreas Flöder auf den dritten Platz. Bei den Senioren zeigte sich Rolf Thielicke in absoluter Bestform. Mit 321 und 336 Ringen übertraf auch er die jeweils bestehenden Landesrekorde und landete ganz oben auf den Siegertreppchen. Weitere Ergebnisse könnt ihr in der Pressemeldung nachlesen und wie gehabt bekommt ihr den Link dazu in den Shownotizen unter www.abg-info.de Als nächstes erreichte uns eine Mitteilung des ZFC Meuselwitz. Der Kartenvorverkauf für den ZFC Punktspielauftakt beginnt ab sofort. Wegen dem großen Interesse an Karten für den Punktspielauftakt der Regionalliga Nordost zwischen den ZFC Meuselwitz und den FC Carl Zeiss Jena am 29. Juli und zur Vermeidung von Mordezeiten an den Tageskassen gibt es ab dieser Woche einen Kartenvorverkauf. Sowohl im Internet als auch über das Foyer der Blutschip Computer AG Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr können die Eintrittskarten für das Spiel erworben werden. Der Vorverkauf im Internet endet am 23. Juli, also morgen um Mitternacht. Da geht es wegen der Bezahlung und dem Versand. Der Vorverkauf im Meuselwitz endet am Donnerstagnachmittag, einen Tag vor dem Anpfiff. Es sind in allen Kategorien ausreichend Karten vorhanden. Und auch der SV Lerchenberg hat uns mal wieder eine Nachricht geschickt. Und zwar geht es um den Sportabzeichentreff am 26.08.2016. Der SV Lerchenberg-Altenburg lädt zum Sportabzeichentreff 2016 am 26.08. in die Altenburger Skatbank Arena. Ab 17 Uhr besteht die Möglichkeit unter fachlicher Anleitung und in sportlicher Gemeinschaft die Anforderungen des deutschen Sportabzeichens zu erfüllen. Zusätzlich besteht in den Ferien jeweils mittwochs die Gelegenheit zum Training bzw. zum Ablegen der Anforderungen des Sportabzeichens in der Skatbank Arena. Nach vorheriger Anmeldung ist dies ab 17 Uhr in den nächsten drei Wochen möglich. Ja und zu guter Letzt noch eine Mitteilung des ZFC Meuselwitz. Die neuen Fanschals sind erhältlich. Ab sofort können die Fanschals für die neue Saison erworben werden. Wien in den vergangenen Jahren kosten diese 12,50 Euro. Während auf der Vorderseite ein Motiv zur Regionalliga eingearbeitet ist, wurde auf der Rückseite ein Motiv zum Aufstieg der ZFC Reserve in die Verbandsliga verwendet. Erhältlich sind die Fanschals ab sofort über alle Stellen, an denen ZFC Fanartikel angeboten werden und über die Homepage des ZFC Meuselwitz. Ja und das war es nun vom Sport. Weiter geht's mit den Polizeimeldungen dieser Woche. Und diese werden wie immer präsentiert von Fahren-Fetzt, eure Fahrschule im Altenburger Land. Ja und dann beginnen wir mal mit dem 16.17.7. Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 16.7. gegen 1 Uhr in der Kauendorfer Allee wurde festgestellt, dass der 33-jährige Fahrzeugführer eines Kia Rio unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hat. Eine Blutprobenentnahme wurde durch einen Richter angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Und im Windischleuber kam es zum Diebstahl einer Gasflasche. Hier ein Zeugenaufruf. Am 16.7. entwendete zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr ein bislang unbekannter Täter im Baumarkt Obi nach Aufschneiden eines Zaunes eine Gasflasche und gab diese anschließend in einer angrenzenden Tankstelle in Altenburg ab. Die sofort eingeleiteten Verhandlungsmaßnahmen blieben leider ohne Erfolg. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben, ca. 18 bis 19 Jahre alt, begleitet mit einem schwarzen Basekip, schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer kurzer Hose sowie auffällige, orange-pinkende Schuhe. Mitgeführt wurde ein schwarzer Stoffrucksack und ein leuchtgrünes Fahrrad. Ja, wer da Hinweise geben kann, soll sich bitte an die PI Altenburg-Land unter 034474710 melden. Ja, und in Nord wurde ein Fernsehgerät aus einem Geschäft entwendet. Am 16.7. im Zeitraum von 13 Uhr bis 23.25 Uhr warfen bisher unbekannte Täter mit dem Standfuß einer Baustellenampel die Schaufensterscheibe eines An- und Verkaufgeschäfts in der Liebermannstraße ein. Aus dem Geschäft entwendeten sie ein Fernsehgerät sowie Bargeld. Es entstand erheblicher Sachschaden. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bei der PI Altenburger-Land unter 034474710 melden. Ja, und es wurde auch mal wieder in einen Pkw eingebrochen. Im Zeitraum vom 15.7. bis 18.7. schlugen unbekannte Täter die Fahrerscheibe eines VW-Golfs des VW-Autohauses am Weißen Berg ein. Aus dem Fahrzeug wurde das Steuerteil entwendet. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Und im Meuselwitz kam es mal wieder zum Buntmetall-Diebstahl. Im Zeitraum vom 14. zum 18.7. wurde in der August-Bebel-Straße im Bauhof der Stadt Meuselwitz Kupferkabel entwendet. Unbekannte Täter überstiegen die Zaunumfriedung und entwendeten von dort gelagerten vier Kabeltrommeln der Deutschen Telekom AG eine bisher nicht bekannte Menge an Kupferkabeln. Der genaue Beuteschaden muss noch bestimmt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Bereits Anfang Juli wurde hier Buntmetall entwendet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der PI Altenburger Land unter der Telefonnummer 034474710 melden. Ja, und in Kribitz wurde übrigens Düngemittel geklaut. Ja, im Zeitraum vom 15.7. zum 18.7. drangen unbekannte Täter in ein Pflanzenschutzmittellager in der Altenburger Straße ein. Die unbekannten Täter zerschlugen Glasziegel an einer Lagerhausmauer und stiegen durch das entstandene Loch in das Lager ein. Eine Tür wurde von innen geöffnet. Es wurden mehrere Behältnisse mit Pflanzenschutzmitteln entwendet. Die genaue Schadenshöhe muss noch bestimmt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Und am 20.7. erhielten wir folgende Meldungen. Im Schuppen eingebrochen. Im Zeitraum vom 12.7. zum 19.7. brachen unbekannte Täter das Schließblech einer Schuppentür in der von Minkwitz Straße auf und entwendeten aus dem Schuppen eine Kettensäge sowie eine Motorsense. Es entstand Sachschaden an der Schuppentür. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der PI Altenburger Land unter 034474710 melden. Ebenfalls wurde eingebrochen bei der AWO. Im Zeitraum vom 18.7. zum 19.7. wurde in der Humboldtstraße in die Büroräume des AWO-Pflegedienstes eingebrochen. Unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln von verschlossenen Türen in die Büroräume ein. Hier wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Des Weiteren wurde versucht, einen verschlossenen Pläschschrank aufzubrechen, was jedoch misslang. Entwendet wurde offenbar nichts. Es entstand jedoch Sachschaden. Auch hier wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ja, und natürlich gab es auch Unfälle. Und zwar am 19.7. um 5.50 Uhr im Kreisverkehr in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Ein 53-jähriger Fahrer eines PKW-VW befuhr die Zeit zur Straße und hatte die Absicht, in den Kreisverkehr in der Rudolf-Breitscheid-Straße einzufahren. Im Kreisverkehr fuhr bereits eine 36-jährige Fahrerin eines PKW-Fort. Diese vorfahrtsberechtigte Ford-Fahrerin übersah der VW-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ja, und dann kommen wir auch mal wieder zu einem Gartenlauben-Einbruch. Am 20.07. wurde die Polizei in die Gartenanlage Frohe Zukunft in der Ober-Z-Straße gerufen. Unbekannte Täter sind hier in drei Gartenlauben eingebrochen. Das Schließblech einer Gartenlaube wurde abgeschraubt bzw. trang die Täter mittels Schraubenzieher in die Gartenlauben ein. Hier wurden Getränke und Lebensmittel entwendet. Es entstand Sachschaden an den Gartenlauben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Und aus Nobiz gibt es einen Verstoß gegen das Asylverfahren Gesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Am 20.07. gegen 20.30 Uhr wurde in SEMA ein 31-jähriger tunesischer Asylbewerber in einem Opel Astra kontrolliert. Dabei wies er sich mit einem tunesischen Führerschein aus. Bei der weiteren Durchsuchung wurden Papiere des Landkreises Leipziger Land aufgefunden sowie beglaubigte Urkunden aus Tunesien. Bei den aufgefundenen Papieren handelt es sich um die gleiche Person. Jedoch hatte der tunesische Asylbewerber zwei unterschiedliche Namen angegeben. Ja, und das wird wohl nicht der einzige Fall sein, ne, zur Zeit. Der Führerschein wurde sichergestellt wegen des Verdachts des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. Zudem wurde der Verstoß gegen die räumliche Beschränkung angezeigt. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde eingeleitet, da am PKW technische Veränderungen vorgenommen wurden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Ja, und in Altenburg kam es nochmal zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ebenfalls am 20.07. gegen 17.30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Altenburger Land in der Mittelstraße den Fahrer eines PKW Audi. Der Fahrzeugführer konnte keinen Führerschein vorweisen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass gegen den 47-jährigen Fahrer eine behördliche Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ebenfalls wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die 36-jährige Beifahrerin wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ja, und gerade frisch kamen die Meldungen von heute rein. Es wurde eingebrochen in den Möbelsozialladen. Im Zeitraum vom 20. zum 21.07. brachen unbekannte Täter in den Möbelsozialladen in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Unbekannte Täter verschafften sich über einen Seitenfenster-Zutritt zum Büroraum und untersuchten sämtliche Schränke und Schubläden. Es wurden vier Pakete Kaffee sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet. Eine Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 03447 4710. Ja, und es kam auch mal wieder zum Diebstahl bei Kaufland. Am gestrigen Tag, also den 21.07. um 18 Uhr, wurden vier georgische Bürger beim Ladendiebstahl im Verbrauchermarkt Kaufland in der Kauerndorfer Allee festgestellt. Alle vier kamen mit einem PKW Renault vor den Verbrauchermarkt gefahren. Zwei männliche Bürger, 40 und 32 Jahre, begaben sich in den Markt und befüllten einen Einkaufswagen, den sie jedoch stehen ließen. In ihren Rucksack hatten sie bereits Babynahrung und Zigaretten verstaut. An der Kasse bezahlten sie lediglich zwei Flaschen Bier. Durch einen Mitarbeiter angesprochen, wurden die Sachen im Rucksack festgestellt. Ein Georgier ergriff daraufhin die Flucht, der andere konnte festgehalten werden. Durch die Polizei konnte jedoch der flüchtende Georgier wieder aufgegriffen werden. Alle vier georgischen Bürger wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde weiteres Diebesgut sowie Betäubungsmittel aufgefunden. Des Weiteren befanden sich am Fahrzeug falsche Kennzeichen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden aufgenommen. Und wie in den letzten Wochen bereits schon mal berichtet, wurde mal wieder in Fockendorf ein Fahrrad entwendet. Im Zeitraum vom 20. zum 21.07. wurde vom Zeltplatz in Pana ein Fahrrad entwendet. Das Fahrrad vom Typ BMC Racing Blast in der Farbe schwarz war vor dem Stellplatz K4 angeschlossen abgestellt worden. Das Fahrrad wurde mit Schloss entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 034474710. Ja, und das war's von den ausgesuchten Polizeimeldungen. Weitere Polizeimeldungen könnt ihr unter www.abg-info.de in der Rubrik Aktuelle Polizeinews nachlesen. Ja, so Dala, dann haben wir's ja jetzt fast geschafft. Ich hab jetzt noch zwei Veranstaltungstipps für euch, bevor wir dann mit dieser Sendung soweit fertig sind und ich euch ins Wochenende schicke. Ja. Und zwar heute wie immer Sachs und zwar Celebrate Law für 1 Euro. Heute feiert ihr richtig günstig. Mit Facebook-Zusage zahlt ihr bis 23 Uhr nur 1 Euro Eintritt. Außerdem gibt es viele verschiedene Getränke für nur 1 Euro. Im Main Floor spielt für euch DJ Friedmax. Ja, und die zweite Veranstaltung findet morgen in Nöptenitz auf den Sportplatz statt. Unter dem Motto die Sprotte tanzt. Am 23.07. werden wir die Sprotte in Niem zum Kochen bringen. Im Festzelt erwartet euch unter anderem leckere Cocktails, viele verschiedene Longdrinks, Bier und auch alkoholfreie Getränke. Natürlich wird auch dieses Jahr wieder der Gempler dabei sein. Als Haupt-Act kommt neben DJ Pip der legendäre Mark O. nach Niem. Beide werden euch natürlich ordentlich einheizen. Am Vormittag findet ein Nachwuchsturnier im Fußball statt, sodass bereits reges Treiben herrschen wird. Im Anschluss bestreiten dann die B-Junioren ein Testspiel. Am Nachmittag findet ein Kleinfeldturnier für Freizeitmannschaften statt, wo sich auch jeder beteiligen kann. Also es sind alle herzlich eingeladen. Und das war es dann schon von mir. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und hoffe, dass es sonnig wird. Bis nächste Woche. Euer Uni.